Erleuchtung ist Nebensache Der ungewöhnliche Weg der Meiji Bridget Seit 25 Jahren lebt Brigitte Schrottenbacher als Meiji, als buddhistische Nonne in Thailand. Als Meiji Brigitte oder Meiji Bridget, wie sie auch genannt wird, ist sie für viele zur Brücke zu einem achtsamen Leben geworden. Bei einer weiteren Ausgabe von Tahu aus den Religionen der Welt begrüßt sie Judith Fürst. Nach den christlichen Ordensleuten im Porträt an den vergangenen beiden Samstagen in Logos, heute nun also eine buddhistische Nonne. Der Weg der Meiji Brigitte war ungewöhnlich, mitten in ihrem Leben hat sie sich plötzlich vor einer Weggabelung gefunden und musste eine Entscheidung treffen, mit der sie sich und ihre Familie verletzt hat. Sie hat Mann und Kinder verlassen und ist nach Thailand gegangen, um Nonne zu werden. In den vielen Hilfsbedürftigen, in den Schülern und Schülerinnen, sieht sie nun ihre Kinder, um die sie sich kümmert. Astrid Schwarz hat Brigitte Schrottenbacher in Bangkok besucht und sie auf einem Stück ihres ungewöhnlichen Weges begleitet. Es ist 5 Uhr Nachmittag. Die Sonne steht tief, die Luft ist drückend heiß. Die streunenden Hunde tollen rund um die riesige goldene Statue des Lumput Huat auf dem Gelände von Wat Prajong in einem Randbezirk von Bangkok herum. Vor der Halle liegen Schuhe und Flipflops verstreut. Zwei Mönche in ihren rotbraunen Roben haben die Chantings angestimmt, um sich auf die anschließende Meditation einzustimmen. Wie jeden Tag um halb fünf in der Früh und fünf Uhr am Abend. In der kleinen Halle sitzen und knien zwei thailändische Nonnen und die Teilnehmenden des Retreats von Meiji Brigitte. Sie sind alle in weiß gekleidet. Diverse werden in der alten indischen Sprache Pali und in Thai gesungen. Die Farans, also die ausländischen Gäste, haben in ihren Büchern eine englische Übersetzung. Nach den Chantings gehen die rund 20 Teilnehmerinnen des Retreats zur Abendmeditation und Unterweisung von Meiji Brigitte. Sie versucht den Teilnehmenden des Retreats einen Einblick in Vipassana Meditation zu geben. Vipassana heißt auf Pali Einsicht. Sie sitzen oder knien alle auf Kissen am Boden im Kreis. Die Klimaanlage surrt. Meiji Brigitte erklärt auf Englisch, dass sie nur ihrem Atem folgen sollen und die Aufmerksamkeit auf den Moment, auf das sie jetzt richten sollen. Sie sollen sich fragen, wo sie im Moment eigentlich gerade sind. Wenn die Gedanken immer wieder abschweifen, gilt es das wahrzunehmen und die Konzentration wieder auf den Atem zu lenken. Nach ungefähr einer Stunde ist die Meditation beendet und die Teilnehmenden kehren, wenn möglich, in Stille zu ihren Schlafstellen zurück, denn der nächste Tag beginnt früh. Einer von ihnen ist Martin aus der Schweiz. Wir sind am Morgen um 4 Uhr aufgestanden. Um halb 5 Uhr hat das Morgensingen mit den Mönchen begonnen für eine Stunde. Dann haben wir um 6 Uhr Frühstück gegessen. Haben dann die Tempelanlage gereinigt, was halt so dazugehört mit WC putzen, mit Straßenreinigen und all diese Sachen, die auch gemacht werden müssen. Haben dann Gehmeditation gemacht, Sitzmeditation gemacht, gegessen und am Nachmittag wieder singen mit den Mönchen, Gehmeditation, Abendmeditation. Und um 21 Uhr war dann Feierabend. Das hat sich wiederholt. Martin war mit seiner Familie zwei Monate in Thailand unterwegs und entschied mit seiner Frau, dass es eine Herausforderung für ihn sein würde, ein solches Retreat bei Meiji Brigitte zu machen. Sieben Tage Rückzug und Regeln befolgen. Es sind die acht Regeln, die Nonnen befolgen müssen. Nur die Haare müssen sie sich nicht rasieren. Meiji Brigitte zählt die Regeln auf. Nicht zu töten, nichts zu stehlen. Du hast Keuschheitsgelübde. Keine Sprache zu führen, die zu Leiden führt oder Probleme führt für dich oder andere. Und keinen Alkohol, keine Drogen. Keine Mahlzeit nach 12 Uhr mittags. Also wir essen nur von Sonnenaufgang bis 12 Uhr. Und kein Schmuck, keine Kosmetik und so Entertainments. Und die Achte ist halt kein weiches, hohes Bett. Also man hat nicht große, dicke Matratzen, sondern eben sehr dünne. An diese Regeln mussten sich alle halten. Vorkenntnisse in Meditation oder anderen Feldern waren nicht nötig. Martin wagte den Sprung ins Blaue. Ich habe keine Erfahrung mit Meditieren gehabt. Ich war also einer der doch mehreren absoluten Beginnern. Und die Anlage hier ist einfach mythisch. Also wenn man schon am Morgen um 4 Uhr aufsteht und der leichte Nebel über der Anlage liegt und dann diese buddhistischen Gesänge hört, das hat schon so sehr was Spirituelles in sich. Die Leute kommen hier in 7 Tage und meist haben die schon ziemlich ein Leiden. Also die sind entweder gestresst, burnt out oder sonst was und wollen dann hier auftanken. Und wenn du die dann da voll reinsteckst und du musst jetzt 10 Stunden meditieren, dann kriegen sie ja noch mehr Stress. Also ich glaube eher, die meist nicht gönnt es ihnen, wenn die ein bisschen runterkommen, ein bisschen easy machen, einfach machen. Und dann kommt es eh nach, meist so nach drei Tagen, dann wollen die auch. Und dann ist es auch leichter Konzentration zu erlangen, als wenn du die da jetzt so forcierst. Die ersten zwei Tage waren ein ziemlich krasser Entzug und dann hat man sich sehr stark daran gewöhnt. Und ab dem dritten Tag war es eigentlich schon fast Daily Business, ganz normal. Und jetzt ist man schon fast ein wenig besorgt, um zurückzugehen ins tägliche Leben wieder. Bevor die Teilnehmenden von den acht Regeln entbunden werden und in ihr normales Leben zurückkehren, bekommen sie noch einen Segen von dem amerikanischen Mönch Prasid und von Meiji Brigitte die Aufforderung, ein wenig zu lächeln, denn das Leben sei ernst genug. Zurückzugehen ist für Meiji Brigitte schon lang kein Thema mehr. Ihr Weg begann im Februar 1987, als Patrick, ihr zweites Kind, geboren wurde. Sie hatte eine Wochenbett-Depression. Wir waren damals in Fuschel am See im Salzkammergut. Und irgendwie hatte ich immer am Abend auf einmal diese Angst, dass mein Mann stirbt, meine Kinder sterben oder irgendwas. So eine ganz komische Sache. Und morgens war es wieder weg, aber jeden Abend kam das. Und dann habe ich mir gedacht, irgendwas stimmt hier nicht. Das Leben ist vergänglich. Also das ist hundertprozentig, muss das sterben. Und warum das Ganze? Warum bist du denn eigentlich da? Und dann hatte ich eine Freundin, Andrea, und die hat dann gesagt, komm doch mal mit zum Yoga. Dann bin ich zum Yoga mit ihr. Und gleich bei der ersten Yoga-Übung, also es war so eine Stunde, dann hat man so relaxing posture, dann kam da echt Konzentration auf. Also ich habe das Gefühl gehabt, ich schwebe, ich fliege jetzt weg. Und dann dachte ich, wow, das ist speziell. Da bleibe ich dran. Das Yoga-Fieber hat Brigitte Schrottenbacher gepackt und sie hat jeden Tag zwei Stunden lang Yoga geübt. Der Yoga-Lehrer hat mir dann empfohlen, wenn du mehr wissen willst über Meditation, geh nach Thailand. Ich dachte erst nach Indien. Yoga kommt ja von Indien. Und er meinte, nee, geh nach Thailand. Ich kenne da einen guten Vipassana-Lehrer. Und das war Ajantavi. Zu dem bin ich dann hin. Ihr Plan war, kurz im Tempel zu meditieren und dann, wie fast alle Thailand-Besucher, am Strand die Zeit ausklingen zu lassen. Doch dazu kam sie nicht. Im Tempel entschloss sie sich kurzerhand, einen 50-Tage-Retreat zu machen. Und für den Strand blieb dann keine Zeit. Tief berührt kehrte sie nach Österreich zurück und wollte ihre Familie überreden, mit ihr nach Thailand in den Tempel zu kommen. Aber ihr damaliger Partner sträubte sich. Und dann bin ich halt da geblieben in Fuschel für zwei Monate. Aber dann habe ich es irgendwie nicht mehr so ausgehalten, das ganze Leben da. Es war irgendwie zu unheilsam. Einfach jedes Wochenende Party und Sex and Drugs and Rock'n'Roll. Nichts ist richtig befriedigend. Und dann habe ich ihm gesagt, okay, ich gehe nochmal. Und er hat gemeint, wenn du willst, gehe. Und dann bin ich halt nochmal nach Thailand für zwei Monate und habe dann auch meinen Lehrer gefragt, ob ich auch mit Kindern, Familie kommen könnte. Und er sagte, ja, kannst du schon kommen. Kannst Nonne werden, kannst auch mit den Kindern hier leben. Super. Nun bin ich nach Hause, habe ihm das gesagt. Er wollte natürlich nicht. Und dann habe ich die Kinder mitgenommen. Also wir waren nicht verheiratet. Deshalb waren die Rechte für die Kinder sorgerecht und so bei mir. Und da konnte er eigentlich gar nichts dagegen tun. Und dann bin ich mit den beiden eben nach Thailand gezogen. Das war am 8. Dezember 1989. Und angekommen sind wir am 9. Dezember 1989. Das war genau mein Geburtstag. Und da bin ich genau 27 geworden. Ein neues Leben begann. Erst dachte sie, sie würde nur zwei Jahre bleiben, bis ihre Tochter in die Schule käme. Doch es kam anders. Am 4. Jänner 1990 wurde sie zur buddhistischen Nonne ordiniert. Und einen Tag davor ließ ihr Lehrer sie wissen, dass es besser wäre, die Kinder nach Bangkok zu einer Thai-Familie zu geben. Zuerst wollte sie nicht, doch sie musste einsehen, dass ihr keine Wahl blieb. Sie wollte sich unbedingt dem Nonnenleben widmen. Also brachte sie ihre Kinder nach Bangkok zu einer sehr freundlichen Familie. Innerhalb der acht Monate, die sie dort wohnten, lernten sie Thai und konnten sich mit ihrer Mutter fast nicht mehr unterhalten, die noch fast kein Thai sprach. Letzten Endes entschied Meiji Brigitte, dass es besser wäre, wenn die Kinder in Österreich aufwachsen würden, bei ihrem Vater. Und der wollte unbedingt, dass die Kinder zurückkommen. Also brachte sie ihre Kinder nach Österreich zurück. Ich wollte sie ja bei mir haben, weil sie so klein sind und weil ich sie natürlich auch geliebt habe. Aber es war halt auch ein bisschen schwierig, die ganze Situation im Tempel. Keiner spricht Deutsch, ich konnte auch noch kein Thai. Und die Kinder halt auch noch recht klein, keine anderen Kinder da. Aber leicht war es nicht. Also ich musste dann zwei Jahre sehr viel meditieren. Im Son-Tavi-Meditationszentrum in Chachingsau blieb sie fünf Jahre und lernte bei ihrem Lehrer Ajahn-Tavi-Vipassana-Meditation. Man sagt immer als Mönch oder Nonnen, man sollte fünf Jahre lang beim ersten Lehrer bleiben. Das sind die Babyjahre, wo du dich durchbeißen musst. Weil es sind viele Dinge, die dir nicht gefallen, wo es unangenehm wird, sonst was. Und wenn du dann immer davonläufst, das bringt es halt nicht. Also da muss es einfach mal durchgehen, auch wenn es schwierig ist. Und speziell die Lehrer, wenn die dann merken, wo sind deine Punkte, deine Knöpfe, dann drücken die da natürlich auch fleißig drauf, damit man sich brav ärgert und so. Und da muss es halt durch. Das hat Meiji Brigitte am eigenen Leib erfahren. Die ersten zwei Jahre war sie ganz intensiv im Retreat, hat mit kaum jemandem gesprochen, die ganze Zeit meditiert und auch nur noch im Sitzen geschlafen. Ihren Lehrer hat sie regelmäßig getroffen. Das war auch eine ganz interessante Situation. Ich bin zu ihm gekommen und ich habe ihm gesagt, ich habe mal wieder an meine Kinder gedacht, war mal wieder da irgendwie so in Tränen und so, ich denke an meine Kinder und so. Und er meinte halt dann nur, guckte rechts, guckte links und sagte, welche Kinder? Ich sehe keine, ich sehe keine Kinder. Das klingt jetzt hart, aber für mich war dann irgendwas ganz klar. Also es ist alles hier auch im Geist. Es ist halt nicht wirklich eine reale Sache, die dir jetzt da das Leid verursacht, sondern dein Denken, dass du halt daran denkst. Das war eine Sache. Klingt jetzt hart, wird wahrscheinlich nicht jeder verstehen, aber es ist auch klar. Und das Zweite war dann, da habe ich gesagt, ja, ich bin hier hingekommen, ich dachte, ich bin schon auf der ersten Stufe der Erleuchtung oder eben sowas. Und jetzt mache ich zwei Jahre extrem intensive Meditation. Und jetzt weiß ich, dass ich überhaupt nichts weiß. Und dann meinte ich, das ist gut, dann kannst du jetzt anfangen zu unterrichten. Und dann habe ich gesagt, was, ich sage dir, ich weiß nichts und du sagst, ich soll unterrichten. Aber es hat irgendwo gestimmt. Also ich habe dann angefangen und mir selbst dann irgendwie bewusst war, was da so alles an Weisheit auftaucht oder ich den Leuten auch sagen kann, wo ich mir eigentlich gar nicht bewusst war, wo kommt das her. Also es ist nicht irgendwas, was mir gehört, sondern es ist einfach dann, es war irgendwie da, Natur. Das machte sie zwei Jahre vor Ort, bis sie 1994 ins Vat Thung Samakitam in Samchuk übersiedelte, um bei Ajahn Sangvang Kimako weiterzulernen. Sie verbrachte weiterhin viel Zeit mit intensiver Meditation und half bei der Versorgung alter und kranker. Die vier edlen Wahrheiten sind das Herz des Buddhismus. Die Wahrheit von der Leidhaftigkeit oder unbefriedigenden Natur aller Dinge, das ist das Erste. Die zweite ist die Ursache des Leidens. Die dritte Wahrheit ist die des Verlöschen des Leidens. Du kannst auch sagen Nirvana, aber da braucht man nicht so hoch steigen, sondern einfach nur sagen, also Leiden verlischt auch. Und die vierte ist die des Pfades, der zum Verlöschen führt. Und man sagt dann im Buddhismus auch der achtfache, edle Pfad. Also ich habe es lieber einfach und simpel. Ich bin ein simpler Geist. Und deshalb erkläre ich das den Schülern so. Du hast im Leben zwei Wege. Ein Weg ist der, der zum Leiden führt. Und den kannst du immer gehen, wenn du anhaftest. Also wenn du leiden willst, hafte an so viel du willst. Und du wirst sehen, du hast immer dasselbe Ergebnis, Leiden. Und du hast einen zweiten Weg. Und der Weg ist der zum Ende des Leidens, Verlöschen des Leidens. Und der hat natürlich auch eine Ursache. Es ist ja nur Ursache, Wirkung. Und es ist ganz logisch, wenn jetzt anhaften, festhalten die Ursache für Leiden ist, was ist dann die Ursache für das Verlöschen des Leidens? Ganz logisch, loslassen, nicht festhalten. Im Buddhismus gibt es zwei große Richtungen, den Mahayana und den Theravada-Buddhismus. In Thailand wird hauptsächlich der Theravada-Buddhismus praktiziert. Meiji Brigitte erklärt den Unterschied zwischen dem großen und kleinen Fahrzeug, wie die zwei Richtungen des Buddhismus auch genannt werden. Es gibt die Ausdrücke Mahayana, Hinayana. Maha heißt groß, also Mahayana wäre der große Pfad oder das große Fahrzeug sozusagen. Das sind all die buddhistischen Linien, die eher auf das Bodhisattvatum hingehen. Also die wollen ein Bodhisattva sein, ein Wesen, das in Zukunft mal ein Buddha werden will. Und für einen Bodhisattva ist das Ziel, so vielen Wesen wie möglich zu helfen, auch die Erleuchtung zu erreichen. Das sogenannte Hinayana oder der Theravada-Buddhismus ist das sogenannte kleine Fahrzeug. Für uns ist es dann eher wichtig, sich selbst zu befreien, also dass du dich selbst erst mal aus dem Leiden rausholst, dass du selbst erst mal Befreiung erlangst und das dann natürlich auch teilst und anderen hilfst. Aber das Ziel ist eher zur Befreiung und wenn es geht in dem Leben. Wohingegen ein Bodhisattva, da muss halt sehr viele leben. Und halt immer wieder gutes, heilsames tun, anderen helfen, um irgendwann dann halt auch die Buddhaschaft zu erreichen. Da ist der Hauptunterschied. Am Anfang geht es um die oft zitierte Erleuchtung. Etwas, von dem man sagt, dass zwei ihrer Lehrer es erreicht hätten. Denn für Meiji Brigitte ist es nicht das vorrangige Ziel. Ich glaube, am Anfang steht viel über die Erleuchtung. Dann stellt man sich vor, okay, ja, das ist genau das, was ich will. Und da will ich hinkommen. Aber mit der Zeit kann natürlich nur über mich jetzt reden. Erleuchtung ist nicht irgendwas, was mir jetzt wichtig ist. Aber ich glaube auch, dass Erleuchtung was ist, was jeden Moment passiert. Wenn du wirklich loslassen kannst, wenn du wirklich sein kannst, einfach nur sein und okay mit dem, was ist. Wenn der gegenwärtige Moment akzeptiert und angenommen wird, wie er ist. Das ist jedes Mal eine kleine Erleuchtung. Und die muss man halt immer wieder erleben, bis man es wahrscheinlich irgendwann verstanden hat. Das ist gar nicht mehr, ist es das, das ist es, das reicht. Nur, du kannst es nicht festhalten. Manchmal hast du diese Erfahrung und es passt einfach. Aber dann verliert es sich natürlich wieder, weil das Leben so ist. Es ist immer auf und ab und hin und her. Es ist vergänglich, es verändert sich. Diese Einsichten bringt sie auch ihren Schülern näher. 2001 begann sie auch im Ausland zu unterrichten. Von 2007 bis 2009 hatte sie ihr eigenes Meditationszentrum in Bangkok. Eine Frau überließe ein Haus, das sie gerade nicht brauchte. In diesem Jahr wurde sie auch am internationalen UN-Weltfrauentag am 8. März mit der Auszeichnung Outstanding Woman in Buddhism 2009 geehrt. Auf einer Fahrt zu einem bekannten Mönch, den sie besuchen wollte, kam sie zufällig bei Wat Brajong in Nongchok vorbei, da wo sie heute auch lebt und unterrichtet, und traf zum ersten Mal auf Achan Pet. Und der sagte dann zu mir, ah, jetzt bist du endlich da. Ich habe ja schon lange auf dich gewartet. Und dann hat er den Schülern, die so neben ihm saßen, so ein paar Männer, sagt er, habe ich euch doch gesagt, es kommt eine westliche Nonne und die bringt hier tausende Schüler hin, Westler. Und die haben gesagt, ja, ja, das hat er gesagt, aber wir haben es nicht geglaubt, wo soll hier eine westliche Nonne herkommen. Und dann hat er gesagt, so, du kommst jetzt und ich baue da hinten Hütten für dich, also du kannst dir dann die Schüler unterbringen. Und ich habe gesagt, nö, 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 ich gehe jetzt nicht mehr im Tempel, ich habe mein eigenes Zentrum in Bangkok. Und er sagt, das ist nicht deins, du kommst hier hin. Und das hat ungefähr so zwei, drei Monate gedauert. Und dann kam die Frau auch, die Besitzerin von dem Haus, und hat gesagt, sie braucht es wieder, ne. Und die hat inzwischen ja schon acht Hütten gebaut für mich. So blieb mir nichts anderes über. Und deshalb bin ich jetzt hier auch schon fünf Jahre wieder. Meiji Brigitte lebt in Wat Brajong mit ungefähr zehn Mönchen zusammen. Das wechselt immer. Und nur ein oder zwei Thai-Nonnen und zwei österreichische Nonnen. Eine davon ist Anfang 20, eine zarte Erscheinung, und wird Meiji Bianca genannt. Sie lebt seit zwei Jahren in Wat Brajong. Das war ein Ergebnis von intensiver Meditation in Burma. Für drei Monate, jeden Tag 18 Stunden Meditation. Und dann war es halt klar für mich, dass das der Weg ist. Also ich wollte nichts anderes mehr tun als meditieren. Und es war kein Zweifel mehr da oder keine Frage, was soll ich jetzt machen in meinem Leben, sondern ich wusste einfach, dass das ist der Weg. Und dann gab es nichts anderes mehr. Ihr Tag besteht hauptsächlich aus Meditation. Sie hatte noch keine Zeit, Thai zu lernen. Wenn Meiji Brigitte Kurse macht, hilft sie. Eben der Grund, warum ich ordiniert habe, war, weil ich mein Leben der Meditation widmen möchte und Erleuchtung erlangen möchte. Eben die Befreiung von allem Leiden. Zuerst für mich selbst und dann um anderen zu helfen. Und ja, deshalb muss ich meditieren, will ich. Meiji Bianca wird von ihren Eltern unterstützt. Denn Nonnen werden in Thailand nicht vom Tempel unterstützt. Die Mönche haben da ganz klar einen Vorteil. Die Thais denken auch, wenn ich einem Mönch was gebe, mache ich mehr gutes Karma als eine Nonne. Das ist dadurch verständlich, weil die Mönche 227 Regeln halten sollten, wohingegen wir haben nur acht Regeln. Die 227 sind zwar im Großen und Ganzen auch diese acht. Was die halt mehr haben, ist es erstrickter, dass sie gar keine Berührung mit einer Frau haben. Wohingegen bei Nonnen ist es schon mal, du kannst als Nonne einem Mann zum Beispiel was in die Hand geben, so ein Papier oder ein Buch oder was, und da würde nicht jeder gleich aufschreien. Aber ein Mönch darf das nicht, der darf keine Frau was zugeben, das müsste er hinlegen. Viele Thainonnen müssen sich durchschlagen. Meiji Brigitte hat einen Sonderstatus, weil sie Verrang ist, also aus dem Ausland kommt. Sie darf auch nach Rücksprache mit dem Abt eine braun-rote Robe tragen wie die Mönche und keine Weiße. Sie findet es praktischer zum Reisen. Wenn sie in Österreich Station macht, sieht sie auch ihre Kinder. Seit 2001 gehe ich auch im Ausland unterrichten, Europa, Amerika, Russland, Neuseeland. Und da kriege ich jetzt Spenden auch von den Schülern, wenn ich unterrichte. Und dadurch habe ich natürlich ein bisschen einen Vorteil den anderen Nonnen gegenüber und habe dann Sozialprojekte angefangen, dass ich das, was ich dann an Spenden kriege, auch immer mit denen dann teile. Also ich habe da über 100 Nonnen, die ich jeden Monat mit Taschengeld versorge. Dann habe ich ja auch ganz viele andere Projekte, einen AIDS-Tempel in Thailand, einen Drogenentzugstempel. Also was immer mir bleibt, nachdem ich die Reisekosten abgezogen habe. Und das geht dann halt an die Nonnen. Mindestens fünf Monate im Jahr verlässt sie Thailand, um zu unterrichten. Die Kurse haben keinen fixen Kostenbeitrag. Jeder gibt Dana. Man übt sich in Großzügigkeit und jeder gibt so viel er kann und möchte. Mit diesen Spenden unterstützt sie auch die 49 Nonnen des Klosters, in dem sie selbst sieben Jahre gelebt hat. Alle paar Monate kommt sie vorbei und bringt jeder von ihnen eine kleine Tasche voller Geschenke. Es ist noch dunkel, als wir um sieben Uhr früh einen Minibus besteigen, um von Wat Brajong nach Samchuk in die Provinz Supanburi zu fahren. In den Tempel, in dem Meiji Brigitte gelebt hat. Auf der Autobahn zehn Städte und Tempel vorbei. Die Namen der Tempel sind ein wenig schwer zu merken. Wohin wir fahren? Wat Tung Samaketam Die Übersetzung ist Wat, ist der Tempel. Tung ist das Reisfeld. Und Samaketam heißt, wo man zusammenhält oder zusammenarbeitet. Seit der große Lehrer Achan Sangwan vor 20 Jahren gestorben ist, bekommt der Tempel nur noch wenig Geld durch Spenden. Wenn ein großer Lehrer stirbt und kein neuer nachkommt, verarmt ein Kloster. Das ist das Schicksal vieler Tempel in Thailand. Als wir unser Ziel erreichen, erwarten uns ein paar Nonnen in weißem Gewand vor der Halle des Tempels. Wir ziehen die Schuhe aus und gehen über blankgekehrten Fliesenboden in die große Halle. Wir stellen die Taschen mit den Einkäufen ab und packen jeder Nonna in eine Tasche Zahnpasta, Kühlungspuder für die heißen Tage, Waschmittel und andere Bedarfsartikel des täglichen Lebens. Die Nonnen sitzen in drei Reihen auf dem Boden der großen Halle und warten geduldig. Die Luft steht, die Ventilatoren an der Decke stehen still. Wir rutschen auf Knien zu den Nonnen, verbeugen uns und überreichen jeder Einzelnen eine Tasche. Als Dank singen die Nonnen einen Segen für die Gaben, die sie bekommen haben. Danke, danke, Bata-Nana.